Was ist das? Dann hört das hier auf Wäre es nicht besser zu leben Anstatt planlos zuzusehen Wie man uns unsere Zukunft traut Wir sind so viele Menschen So viele Potenziale So viele Macher Kreative und Geniale So viele Träume Wir machen uns bereit Denn es kommt die Zeit Komm und Zeit, dass wir wieder selber denken Zeit, dass wir wieder anfangen Wir selbst zu sein Zeit, dass wir wieder selber lenken Wir können nicht mehr länger weiter sein Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit Mach dich bereit